Dann spielst du einen Sniper? Na... Was bin ich jetzt? Ich keinem kann, was ich bin. Was bin ich? Braucht wir wasen? Oh, das bin ich ja verscheissen. Waffenkoffer am Start. Sehr gut. Keine Ahnung, wieso der Atomic an Aschert wie ein SLR? Wie kann ich Secure's Files nennen wir? Mit E. Okay. Alles andere hoch. Alter, wieso? Weil man das sieht, wenn man das auf dem Rücken hört. Junge, der hat leider mal in Richtung geschaut. Der hat einfach auf die Wand geschaut. Der ist in der Nachgang. Was ist mit den anderen zwei Möglichkeiten? Feuer und oder Knopf? Oh, ich hab meine Bombe ausgemacht. Knopf ist machbar. Okay. Sagst du was? Was brauchen wir mit einem Bohrer? Kannst. Ah fuck, nochmal. Was können wir mit einem Bohrer? Perfekt. Raus kommst du ohne, oder? Oder muss ich warten? Ne, alles gut. Der Bohrer kann Löscher, also da gibt's vorgefertigte Stellen wo du die einsetzen kannst, und da macht er ein Loch entweder in den Boden oder in die Decke. E-Macher-Loch. 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 E-Macher-Loch ist hier in der Main-Hall. Halt was wo jemand rein und raus kann mit Leiter und so weiter. Ja, einer springt jetzt beim unteren Vault rein. E-Macher-Loch. 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 Okay, er kommt weniger. Er spawned ja wieder. Ah ne, ach so. Ooooooh, nice. Die können nicht den Vault öffnen. Warum schießt du, Alter? Nicht oben den! Sagst du wenn du raus bist, oder dann mach ich den letzten PC noch. So, okay, ja, ich bin gleich fertig. Es ist ein Shitisch hier oben drin. Oh shit, da ist die Vault-Tante gerade im Moment. Na kommt hoch. Die Vault-Tante läuft jetzt gerade runter. Was ist IED? Was ist IED? Das ist ne Bombe. Warum bewegt ihr die? Weil die im Fahrstuhl ist. Shit. Ich nur rührende Splitbon. Das ist für den obersten Vault ungünstig. Alles gut. Oh, fährt wieder runter. Den Glötzchen schärf. Oh, da oben kommt gerade ein. Das Geld geht um. Außerhalb vom Vault. Oberste Etage. Mach mal alles weg. Ja. Ach, scheiße. Der scheiß Vigiland hat mich erwischt. Das Problem ist, die Vault-Tante, also die Managerin, kann die Vault wieder zumachen. By the way. Aber jedes Mal, wenn du jetzt einkommst oder hackst, werden die Vault drauf gehen. Ja. Okay, ja. Ich hab eine kurze Frage. Warum ist das Fenster nicht aufgekommen? Das Fenster hat zehn Kugeln drinnen gehabt. Welches Fenster? Vielleicht schaust du... ... mit einem Fensterrahmen abgeschossen. Nein, ich bin ziemlich sicher, dass es durchsichtige Sachen an einem Fenster sind. Vielleicht war's schon offen. Vielleicht war's schon offen. Nein, was denn? Ich bin der Durchgeber. Ja, du musst doch springen vielleicht. Es ist nicht zerstört worden. Es ist wieder da. Ich bin draufgeschossen und bleib da. Vielleicht war's schon offen. Nein, was denn? Nicht jetzt, ich muss auch mal Stücke hören. Nein, musst du nicht. Die Managerin ist der Mittler. Jawohl, nein. Ich geh es. Wie gesagt, ganz oben liegt das Geld. Wieder nach tausend. Man, dann kommt bitte. Oh, sie hat die Wall zugemacht. Hm. Hanseln, das ist irgendwas Tolles. Ich glaube, ich bin noch zu zweit, oder? Wir haben ja noch ein bisschen zugemacht. Okay. Du wolltest einen Rechner hacken, der geschützt war. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, ob du das weißt, deswegen. Ich riskiere drei Daumen mal nicht. Nein. 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 Und wer schätzt, die ist Money, was man in der Haupthalle an den ATMs machen kann, nicht. Das ist auch jede Menge. Ja. 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 Ist oben irgendwo offen, weiß man das? Einer fährt kaputt. Äh, nein. Aufzug. Aber da kann jemand ja von außen einfach mal oben in ein Fenster kaputt schießen. Das wäre verdammt geil. Koto. Hä? Ich geh mal nach außen und schieße oben in ein Fenster kaputt. Okay. Obersten Stock. Hier links? Egal. Links oben. Über dir. Das hier? Ne, ganz oben in der Ecke. Ist da ganz oben? Ganz oben, ganz links. Jetzt. Ne, bleib doch. Ich geh nur einen Schritt zurück, damit ich das besser sehen kann. Also das hier. Ganz, ganz links, ganz links oben. Das da. Das zweite an der Hausecke da. Jetzt. Ja, perfekt. Oh shit. Weg. Hör auf zu schießen. Weg. Jetzt, wenn du willst, kannst du auf ein anderes Fenster oben kaputt schießen, dass er die Möglichkeit hat, äh, zu... ... ... ... Ach du, Eni? Hm? Oh. Koto will dich tot sehen. Nein, ich darf nicht mehr. Ich kann dich einloggen, weil du zur anderen Seite hin willst. Ah. Ich weiß. So. Jetzt werden wir hoffentlich oben wegs taxation, oder? Ja, hier ist gerade jemand dafür stillgegangen. und hier ist jetzt jemand aktuell beide heraus ja diese abgeben bin trotzdem noch 70k ja dann haben wir noch kurz Zeit ich lock sie gleich mit der Bombe wieder hier weg und dann machen wir die Main Lobby da oben liegen 4k so ich lock sie jetzt mal nach oben hier kommt die Lady hier kommt die Lady mal schießen geh mal in das Haus also raus rechts und dann nochmal rechts ich habe eine Minute Verlängerung wenn irgendwer Geld auf dem Rücken hat denkt dran schön wieder im Kopf weniger rechts also da um die Hauswand weiter ja die Leiter hoch und im dritten Stock oder im zweiten Stock hast du ein Lüftungsgitter auf und schießen links ausmischen in der Hand Geld in die Hand nehmen hinter die Hand oh lord Bist man sich jetzt halber Geld in die Hand genommen, aber äh... Ich habe auch welche. Ja, er hat auch. Kannst es ganz fallen lassen. Ja, ich stelle mich immer kurz in die Ecke, sicherheitshalber. Aha. 7.500 hat er. Wir brauchen noch mehr. Ja, okay. Jetzt war er echt ein Mist. Nee, nee, leider. Aber wenn du jetzt geradeaus rauchst, also jetzt links, dann geradeaus gehst, dann bist du in der Nähe von den Juwelen, ich weiß noch, ob die leer sind, da oben. Also da geradeaus runter und dann links. Ja, da steht sie halt rum. Ja, das sind ja nur 10 Sekunden. Ja, das ist scheiße. Okay, 200 ist vielleicht ein bisschen viel. Jetzt probier es nur mal. Vielleicht 180. Also da ist es ja nicht mehr. Das ist ja nehm. Ja. 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 Ja, interessant. Ja, interessant, aber tanken auch. Ja. Ich nehme keine Drogen. Ja. Ja. Fuckin' hell! Gehst du immer deine Wunden? Ja, vielleicht. Machst du das? Ja, mal gucken, ob der sich auf den Zudt. Aha, der hat sich immer umgezogen. Gehst du? 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 Ich hab dir schon die ganze Zeit verfolgt. Gehst du? Gehst du? Gehst du? Gehst du?